DFF ist hier ein anderer Begriff für D-Flipflop, aber ich erkläre den Begriff hier einfach nochmal. D-Flipflop ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit der Digitaltechnik. Das Schaltzeichen des D-Flipflop sieht wie hier eingeblendet aus. So wird es üblicherweise dargestellt. Doch wie ist das D-Flipflop eigentlich aufgebaut? Wie sieht es quasi im Inneren aus? Das D-Flipflop basiert auf dem RS-Flipflop. Der Aufbau sieht wie hier eingeblendet aus. Wir haben hier einmal ein RS-Flipflop, bei welchem der Rücksetzeingang mit dem Setzeingang verbunden ist, allerdings negiert. Der Rücksetzeingang hat also immer den negierten Wert vom Setzeingang. Außerdem haben wir einen Takteingang. Soweit der Aufbau des D-Flipflop. Doch was bringt uns das jetzt? Sets und Rücksetzeingang können beim D-Flipflop nie den gleichen Wert annehmen, da der Rücksetzeingang ja immer den gegenteiligen, den negierten Wert vom Setzeingang hat. Das heißt, wir können nie 1-1 oder 0-0 haben. Erinnern wir uns an das RS-Flipflop zurück. Hier gibt es den sogenannten verbotenen Zustand. Dieser tritt dann ein, wenn Setze- und Rücksetzeingang beide auf 1 sind. Und diesen verbotenen Zustand haben wir beim D-Flipflop nicht mehr. Und das ist auch der Vorteil vom D-Flipflop gegenüber dem RS-Flipflop. Soweit haben wir uns jetzt das D-Flipflop im Inneren angeschaut. Jetzt schauen wir uns aber doch nochmal das Schaltzeichen näher an. Hier finden sich ebenfalls vier Anschlüsse. Die zwei Eingänge und die zwei Ausgänge. Der Setzeingang, der Takteingang, der normale Ausgang und der negierte Ausgang. Das D-Flipflop kann man in zwei Arten unterteilen. Einmal das Takt-Zustand gesteuerte D-Flipflop und einmal das Takt-Flanken gesteuerte D-Flipflop. In diesem Video ging es bisher nur um das Takt-Zustand gesteuerte D-Flipflop. Und das hat auch so seine Richtigkeit. Denn das Takt-Zustand gesteuerte D-Flipflop bildet quasi die Grundlage des D-Flipflops. Das Takt-Flanken gesteuerte D-Flipflop ist quasi die Weiterentwicklung und benötigt einen speziellen Aufbau. Diesen Aufbau, wie auch die Funktion und Ablauf, habe ich in ein separates Video verschoben. Wir legen an die beiden Eingänge, wie bei der Digitaltechnik üblich, Einsen und Nullen an. Um nun zu wissen, was am Ausgang rauskommt, gibt es eine sogenannte Wahrheitstabelle. Eine solche Wahrheitstabelle wird üblicherweise bei Flipflops eingesetzt, da sie übersichtlich alle Möglichkeiten zeigt, die es gibt. Jede Flipflop-Art hat natürlich seine eigene Wahrheitstabelle. Hier nun die des D-Flipflop eingeblendet. Wir haben hier einmal alle Möglichkeiten, die wir an den beiden Eingängen anlegen können. Und dann eben auch dementsprechend alle Möglichkeiten, die der Ausgang annehmen kann. Zunächst schauen wir uns mal den Takt an. Kommt am Glock-Eingang eine 1, wird sich der Dateneingang D angeschaut. Ist hier D 0, liegt am Ausgang 0 an. Ist D 1, kommt am Ausgang eine 1 raus. Am negierten Ausgang ist das Ganze wie immer invertiert. Schauen wir uns das Ganze mal im Ablaufdiagramm an. Hier gezeigt ist der Takt, der in den Glock-Eingang C einläuft. Und auch ein Beispiel für den Setzeingang. Wie gesagt, interessiert uns zunächst mal nur der Fall, wenn am Glock-Eingang 1 anliegt. Das heißt, der hier ausgegraute Bereich interessiert uns zunächst mal nicht. Jetzt können wir ganz einfach den Ausgang bestimmen. Fall 1, Setzeingang auf 1, somit kommt am Ausgang auch 1 raus. Fall 2, Setzeingang auf 0, somit kommt am Ausgang auch 0 raus. Fall 3, Setzeingang ist auf 1, somit kommt am Ausgang auch 1 raus. Kommt am Glock-Eingang eine 0, wird gespeichert. Das heißt, es bleibt einfach der alte Zustand bestehen. War zuvor am Ausgang eine 1, ist nun auch eine 1. Am negierten Ausgang ist das Ganze wieder invertiert. Schauen wir uns das Ganze wieder im Ablaufdiagramm an. Wir haben ja bereits die Ausgangszustände, wenn der Takt bei 1 ist, ermittelt. Jetzt müssen wir nur noch ermitteln, was der Ausgang ausgibt, wenn der Takt 0 ist. Wie wir bereits in der Wahrheitstabelle gesehen haben, wird einfach der alte Zustand beibehalten. Was am Setzeingang anliegt, interessiert uns hier nicht. Deshalb grauen wir diesen zur Übersichtlichkeit aus. Fall 1, welchen Zustand hatten wir davor am Ausgang? Offensichtlich 0. Am Ausgang war zuvor 0. Deshalb ist jetzt auch 0. Fall 2, welchen Zustand hatte hier der Ausgang davor? 1, am Ausgang war davor 1. Deshalb ist jetzt auch 1. Fall 3, welchen Zustand hatte hier der Ausgang davor? 0, am Ausgang war davor 0. Deshalb ist jetzt auch 0. Jetzt haben wir das ganze Ablaufdiagramm vervollständigt. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.